Hallo alle zusammen, willkommen bei Majora's Mask. Ja, hier sind wir wieder. Ich habe letztes Mal ganz woanders aufgehört, aber die Leute, die beim Streaming gestern mit dabei gewesen sind, die wissen ganz genau, dass ich gestern ein bisschen auf Rubinenjagd gegangen bin, um schon mal wieder einen kleinen Anteil zu sichern, den ich dann habe, jetzt für diese Aufnahme. Ja, und das habe ich auch gemacht und ich werde jetzt diese letzten Rubinen nochmal abgeben und dann guckt ihr mal bitte drauf, was, sowieso, wie möglich, reinlegen. Oh, das ist so richtig reich, ne? Okay, und ja, momentan haben wir jetzt 934 Rubine. Ja, das ist schon eine ganze Menge, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben, damit ihr da Bescheid wisst. Wir sind auch wieder am Anfang des nächsten Tageszyklus, weil ich, wie gesagt, ich war geldsam gewesen. Das waren die letzten 10 Minuten gewesen von den Streaming gestern angewiesen, von 21.50 bis 22 Uhr. Da bin ich der Sache einfach mal nachgegangen. Ja, letztes Mal haben wir das Hunderrennen gemacht, wo die, äh, der gelbe Hund gewonnen hat. Das war ziemlich cool gewesen. Und irgendwie ist der Wasserminone in diesem Weltgefäden. Ich habe das alles nicht so ganz verstanden, aber irgendwie ist das auf einmal so passiert. Nun denn, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist folgendes. Wir spielen jetzt einfach mal ein paar Minispiele, ähm, in der Stadt. Und ich glaube, wo ich jetzt gerne anfangen möchte, wo wir die Pfeile haben, ist hier oben, wo wir hier oben nochmal sehen, die Schießbude. Und in der Schießbude, ähm, geht es, wie man sich denken kann, ums Pfeile schießen und so ein Kram halt. Und, ja, hier sind wir auch schon. Hallo, liebes Spielchen. Und, ja, wie man hier sehen kann, finde ich total süß gemacht hier, wie einfach so ein Becken mit so einem Strand ist. Und ganz angenehm gemacht hier. Lustiger Ort. Und er sieht sich auch so, ey, was machst du denn hier? Du willst wirklich was tun, oder? Ja, der hockt hier einfach so herum. Und wir wollen jetzt vielleicht mit den Pfeilen ein bisschen spielen. Nur, das Ding ist halt, wir haben halt kein Geld. Und dementsprechend muss ich dieser Bitte eben halt nochmal nachgeben. Okay, ja, wie ihr gesehen habt, ich hab jetzt nochmal resettet, hab den jetzt nochmal zurückgesetzt, den Tag. Und jetzt gehen wir hier rein einkaufen, wollte ich schon fast sagen. Einkaufen gehen? Nein, einkaufen gehen kann ich nicht. Ich meine, hier, Dingsen, geh ich jetzt hier mit diesen Schießbude in die Reden. Und wir werden jetzt Pfeile schießen. Warum wachsen im Versuch, wenn du glattst du bist, Genüsschen? Guck mal, ey. Ich spiel komm fest. Pfeil. Zahlt die Rubine. Okay. Also, gut, Söhnchen, die Regeln sind einfach. Trufe ein, in Ordenssicht, und du musst auch früher noch harte Zähne. Wie möglich. Triss und blau, soll hier zur Zeit. Pass also auf. Ey, voll geil, ne? Okay. Dir stehen endlich viele Feier zur Verfügung. Drücke B und sie abzufeuern. Okay, alles klar, soll losgehen. Machen wir so. Der Rekord liegt bei 39. Ich muss also 40 schaffen. Gelingt es dir, diesen Rekord zu brechen, gewinnst du einen geradezu spektakulären Preis. Gelingt so, ja, ich bin nur hier um zu entspannen. Macht dir nix draus. Okay, wollen wir mal gucken. Ähm, also mit B-C-C-C, ja, okay. Ich darf nur die Roten abschießen. Jetzt gehen wir hin. Ähm, okay. Okay, ich bin leider nicht gut. Okay, alles klar. Also, wir dürfen die Blauen nicht abschießen. So, zack, zack. Okay, dann versuchen wir mal, uns ein bisschen zu konzentrieren. Okay, da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Okay, gute Nacht. Hier, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Okay, gute Nacht. Okay, da ist einer. Gute Nacht. Oh, da ist noch einer. Gute Nacht, meine ich natürlich. Oh, hallo. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Alle kriegen eine Gute Nacht zugeschrieben, weil man muss auch mal eine Gute Nacht haben, weil wenn man keine Gute Nacht bekommt, dann ist das natürlich schade. Gute Nacht. Hallo, gute Nacht. Na, wenn wir noch Gute Nacht gesagt kriegen. Gute Nacht, meine lieben Seepferdchen. Gute Nacht, Gute Nacht, hier ist gar kein Zuhause weg Gute Nacht, na, wir noch mal Gute Nacht Gute Nacht, Gute Nacht Alle kriegen Gute Nacht zugeschrieben Also, so gut geschlafen haben die noch nie, ich verspreche es euch Die haben noch nie so gut geschlafen wie jetzt gerade Also, niemand hatte noch nie so eine gute Nacht gehabt Wie ich, wie heute, jetzt gerade Musst ihr einfach mal wissen Niemand sollte so eine schlechte Nacht haben wie ich Ich meine, hier Gute Nacht halt So, pass auf, das ist das super Zieltraining Wisst ihr das eigentlich, niemand hat Jemand so sehr gezielt wie ich gerade So, jetzt kommt hier der nächste Runde Der nächste Runde, ihr glaubt es gar nicht Wie sehr der nächste Runde gerade präsent ist Das war noch nie so eine der nächste Runde gewesen Wie hier heute Abend, Adeenabend Hier, okay, ich hab 47 Pfeile vorbei Sieh mal einer, 47 Treffer, das ist ein neuer Rekord Das sollte belohnt werden Jo, geil Du hast den großen Köcher Okay, jetzt haben wir den großen Köcher Der kann bis zu 40 Pfeile führen Ich meinte aber, konnte man nicht noch mehr gewinnen? Mal probieren Oh Gott, ich weiß es jetzt gerade geil so aus dem Kopf Da musste ich mal ja kurz überlegen Jetzt gerade konnte man noch mehr gewinnen Hier bei dem Spiel Ähm Ah, ja Natürlich Wir müssen 50 schaffen Das war die Geschichte noch gewesen Pionärzeit müssen wir 50 schaffen Also gut, also gut Kleiner Zieh auf die Roten und sei nicht so schlecht wie eben Weil du musst es ja irgendwann mal hier schaffen Ne, du blöder Bastard Okay, alles klar Dann wollen wir mal gucken Dass wir das auf die Reihe kriegen Also 50 müssen alle treffen Damit das Spiel zufrieden ist Und wir nicht eine geballert kriegen Erstmal wieder eine gute Position finden In der wir gerade ziehen können Okay, 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 okay Der war gut gewesen Okay, damit kann ich leben Das ist völlige Konzentration Die hier gerade aufbrechen muss Völlige Konzentration Meine Freunde Das ist Gewinne, Gewinne, Gewinne Das glaubt man mir nicht Aber das macht mich auch ein bisschen nervös Hier, weil man nichts nicht treffen darf Also, man muss da schon ein bisschen aufpassen Weil sonst hat man alles verloren in seinem Leben Wenn man jetzt nicht diese blöden Octoroks trifft Octorok Okay, das ist ja sonst ziemlich sehr, sehr schade Deshalb frage ich euch, meine lieben Freunde Wie alle da sind Könnt ihr diese Spannung überhaupt aushalten Hier diese ganzen Octoroks zu treffen? Ich weiß es nicht, auch nicht Octoroks Das wäre schon ziemlich spannend Hier das Ganze Wie schnell die auftauchen Wieder verschwinden Das ist ja Das ist ja mir echt unheimlich Hier das Ganze hier Das ist ja wirklich unheimlich Hier das Ganze So, ihr blöden Penner So, jetzt sind es schon 30 Wir konnten auch noch viel mehr, oder? Ja 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 Oh, verdammt Das war schlecht gewesen Das war nicht gut gewesen Da habe ich ihn auch schon wieder verpeht Aber ich muss ja weiter trainieren Von daher Lass mich davon nicht abkriegen Hier weiter zu schießen Okay, das war nicht gut gewesen Aber immerhin Immerhin Die meisten Oh Gott Der war direkt in meiner Fresse gewesen Das war nicht sehr fair Okay Du hast 42 Treffer Das ist leider nicht genug Ja, danke schön dafür Ach, du willst doch mal Du kannst spielen, solange du willst Draußen gesetzt Du hast genug Rubine Naja Ich kenne da so einen Ich kenne da ja nicht umsonst So einen gewissen Weg Wie ich diese Rubin-Grenze So immer überspringen kann Aber naja Okay Weiter machen wir Also gut, Kleiner Zieh auf die Roten Pass bloß auf, dass du nicht Außersehen die Blauen triffst Okay, alles klar Der Ruhekord liegt bei 47 Also dann feuer mal weiter Ja, ich so mit meinem Fall Yeah Okay, alles klar Fangen wir mal Okay, das ist du Okay, so Okay, und du Okay, was auch weiter geht's Einmal dich Einmal dich Einmal dich Wir müssen aufpassen, dass wir die Blauen nicht treffen Weil das sind die Bösen Das sind die Bösen von uns Das ist natürlich Über die Steuerung Natürlich muss man da natürlich ein bisschen mit zurechtkommen Das ist natürlich Müll zu Das ist natürlich auch an den scheiß Gamepad liegen Dass das hier alles nicht funktioniert Aber darüber denken wir jetzt mal am besten noch nicht nach Weil das scheiß Gamepad kann da meistens eigentlich Geix dafür Ne, also Ich sage mir mal ein bisschen lieber zu den scheiß Gamepad Nicht so ungefähr wie der Rüdiger das immer ist Der würde jetzt sagen, dass das scheiß Gamepad allen schuld ist Ich sage, das liegt an meinen eigenen Vermächtnis An meinen eigenen Skills Dass ich das hier nicht schaffe Wenn das hier nicht klappt Aber naja Der Rüdiger, der denkt ja ein bisschen anders Okay Euch war alle weg da Das waren die drei Okay Da ist einer Wieso treffe ich den eigentlich immer Das verstehe ich nicht Verdammt Habe ich jetzt gerade Scheiße Okay Alles klar Nein, nein, nein Alles okay Alles okay Ihr habt ihr eh nix davon bekommen Ihr habt ihr eh nix davon bekommen Was soll's Okay Einmal euch Oh Da habe ich ja wieder Zeit abgezogen bekommen Ihr vermiesen Würstchen hier Weißt du Ich komme ja zum nichts So 42 hat wieder geschafft Das ist aber nicht schön Ja, das ist wirklich nicht genug Ich mache das gerne nochmal Das ist ja gar kein Ding Würde ich mal sagen Oh, Geld ausgeben macht Spaß Okay Alles klar Da wollen wir mal noch mehr Geld ausgeben Geld Okay Los geht's Zu weg Zu weg Was kommt denn Was kommt denn da auf einmal aus raus Da kommt irgendwie so ein komisches Zeichen aus dir rausgeflogen Okay Das ist gruselig Ich, äh Dem das mal so hin Warum auch nicht Irgendwie so ein Zeichen Das aus dir rausgeschossen kommt auf einmal Soll mir das irgendwas sagen Irgendwie, dass ich schlecht bin oder so Ey, nicht einfach verschwinden Das ist ja unglaublich Das ist ja was hier gerade passiert Die verschwinden einfach vor meiner Nase Ich hatte ja auch noch komische rote Zeichen Die aus dem rauskommen Das macht mich ja so ein bisschen traurig hier, ne Das macht mich ja so ein bisschen traurig hier, ne Also muss ich mal ein bisschen schießen, ne Warte, warte Feuer, 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 Feuer Oh, guck mal So schnell schießt, blinkt gar nicht Wie ich schießen will Das ist das Problem Okay Ja, aber wir haben ja alle drei Jetzt mal weggesetzt Die Reihe ist immer einfach hier So, da ist der Und den neige ich immer zu treffen Den blauen hier Da muss ich ein bisschen aufpassen Dass ich den nicht treffe Okay, dich und dich Wow Den hab ich perfekt aber weggesetzt Mit dem blauen da Muss ich einfach mal so sagen Also da bin ich ja echt stolz auf mich Okay Zack, zack Da war ein blauer hinter Das war nicht so clever Aber was soll's Ähm Der Elby war die beste Runde Bis jetzt die erste gewesen Naja Ne, die war ein Stückchen Äh, die war jetzt wieder auf 43 Immerhin Oh, ich hab 43 treffen Das ist leider nicht genug Ja, ich muss 50 schaffen Das ist leider nicht so leicht hier Ich weiß Das ist nicht so leicht Das Ganze hier Also gut, kleiner Mach mal weiter Yeah Okay, Rekord nicht bei gar nichts Okay, mach weiter so Der Rekord Der ist echt so gut Der Rekord Der ist so gut Der Rekord Der Rekord Den kannst du gar nicht schlagen Das ist der Rekord Der Rekord Der Rekord ist undivinierbar Der Rekord Den muss erst mal schaffen Okay, Mann Okay, wisst ihr was Finde zu schlecht Wie können wir uns darauf einigen Das ist einfach zu schlecht Hallo Was ist denn das auf einmal Die sind voll schnell weg Okay Das ist ja aber ganz schön unfair Will ich mal an der Stelle sagen Das ist ja nicht fair Was hier gerade abläuft Das ist ja Das ist ja gegen alle Regeln hier So, pass auf So, eins Zwei Drei Aber wenigstens Wir müssen es ja wenigstens hier Wenigstens mal wieder so weit schaffen Ne Das geht ja nicht Dass ich hier die ganze Sofa sage So, hallo Mein Freund Erstmal euch alle drei wegsemmeln Das macht mir immer am meisten Spaß Ihr drei seid die Besten Wisst ihr das? Ihr drei seid die Besten Wow, das war gut gewesen Der hat mir gefallen Der hat mir sehr gut gefallen Der und der und der Und Ich weiß gar nicht Wie ich das so schnell schaffen soll Ich weiß gar nicht Wie ich das so schnell machen soll Ey Ich bin einfach zu langsam Ey Ich bin einfach zu langsam Zack Also wenn da fünf Dinger sind Da bin ich meistens ein bisschen überfordert Aber naja Ist ja auch egal Ist ja alles gut und so Okay Oh mein Gott Ey Oh mein Gott Wie habe ich das denn eben gemacht? 45 Treffer zieht Das ist leider nicht gut genug Äh Äh Ich habe kein Geld Kann ich damit schummeln? Sind die dann länger da Nein Ich habe keine Ahnung Ob das was bringt Ich habe jetzt einfach mal Das Ding hier wieder zurückgesetzt Äh Den Speicherstand An der Stelle Also ich bin jetzt nicht extra Nochmal jagen gegangen So ehrlich muss ich ja zurück sein Nein Ich bin einfach jetzt wieder hier So Versuchen wir es nochmal Wir versuchen jetzt mal Konzentration Wir arbeiten uns einfach von links nach rechts mal vor Versuchen uns mal ein bisschen zu konzentrieren So Ach schön Jetzt ist da ein neues Zeichen Das macht mich ja Okay Ich muss einfach nur Wir merken wo die sind Aber schöne Zeichen die hier auftauchen Die machen mich wirklich sehr glücklich Das ist wirklich sehr schön Gerne wieder Gerne wieder Ähm Das ist wirklich Ähm Eine ganz tolle Sache So So Die habe ich auch erwischt Zack und zack Und äh Ja Das war es für euch Mal sehen was hier noch kommt Dich und dich und dich So Weiter geht's Ich bleib einfach mal hier hinten Jetzt einfach hocken So Und dich und dich So Mal sehen Aber die Zeit Oh Mann Wieso habe ich dich denn jetzt abgeschossen Das war ja dumm schon wieder Och Mann ey Ich bin zu doof wie dieses Spiel Glaub ich Mann Ich bin zu dumm dafür Oh ja Super feier Schießer Mann Ich schieße alles ab Was dich bewegt Ja Hahaha Niemand wird überleben Niemand wird überleben Niemand Niemand kann überleben Niemand wird überleben Ja Ihr Scheißdinger Okay alles klar Soviel dazu Da kann ich ja Gleich junglen gehen ey Okay alles klar Ich habe auch niemals gesagt Dass das hier einfach ist Will ich nochmal an der Stelle erwähnen Das ist ziemlich knacker Knackhartige Arbeit Richtig knackhart ist sie Das ist richtig knack Halt Das Ich fühlte mich gerade leicht verarscht Ey wie hat er meinen Bogen nicht gezogen Das habt ihr gleich gesehen Das wollte ich nochmal an der Stelle nochmal erwähnen Das habt ihr gleich gesehen Dass er auch erst den Bogen ziehen muss Das ist ja auch wieder so eine geniale Idee Sei immer Das ist ja wieder so eine geniale Idee Wieder So Mal sehen Eins Zwei Drei So Jetzt muss ich ja hier Ihr wisst das ja Ihr kennt das ja Das ist nicht live Das ist nicht live Das ist live Das kann passieren Wie nochmal dazu erwähnen Das ist live Oh Gott Da hinten war noch einer Ich habe es schon wieder verpeilt Zack 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 Okay Man darf nicht so unruhig sein Man muss das einfach so schaffen Oh Allah Würde Rüdiger sagen Aber das sind wir jetzt auch gerade wenig weiter So Hier sind einfach drei hintereinander Okay Was haben wir noch Ähm Die drei kommen jetzt So Oh ich habe mich sogar auch mal erwischt Ohne einen von den anderen Bikes zu ballern So 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 Oh Mann Das war unfair Oh Mann Das war jetzt unfair gewesen Der hat dich erwischt gehabt Der war gar nicht weg gewesen Okay Jetzt gebe ich Jetzt werde ich traurig Jetzt bin ich traurig gerade Der war gar nicht weg gewesen Naja Egal So Naja Nochmal 44 Ja wir spielen noch eine Runde Was soll's Wir spielen so lange es sein muss So Alles klar Wollen wir mal gucken So So ziehen wir den Scheiß mal Zack 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 Oh neues Zeichen Das ich nicht verstehe Das ist wunderbar So Zack Da ist einer Zack Zack Da ist einer Okay Ich wusste das würde Beispiel noch schlimm werden Aber das wird auch noch schlimmer Weil es noch ein zweites davon gibt Oh je mini So Zack 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 So Dann haben wir den auch mal Oh Error Ich habe ein Error gehabt Warum auch immer So egal Ähm Das habt ihr gleich gesehen Also weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's mit der Zielerei hier So Mal sehen Was jetzt auf mich zukommt Zack 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 Oh mein Gott Das ist ja alles aufregend hier Was sollt ihr da noch Darüber nachdenken Wieso lässt ihr die Pfeile nicht los Link Du musst auch schießen Du musst auch schießen Link Du kannst doch nicht einfach so ein Stich Lassetien Und ich schießt 50 Punkte Ich glaube Ich werde verrückt Ey Ich glaube Mein Schwein Pfeift Könnte man auch sagen Aber je nach Safe ist das auch ein anderes Setup In dem man hier schießen muss Und wer weiß Oder habe ich aber extrem beschissen ist Bekommen Ich weiß es nicht Das ist mit jedem Speicherstand Ist das anders Aber mein Speicherstand Ist wahrscheinlich gerade mal wieder Nicht nett zu mir Was soll's Na egal Sagt man dazu auch Okay Da musste ich aber kurz innehalten Das hat mir ein bisschen Angst gemacht Hier Okay Die drei Okay Die hier Die hier Und die hier Jetzt kommt das genau andersrum Okay Nur eben das Oh du bist doch ein Bastard Oh man Das ist doch nicht wahr hier Die steht scheiße Das ist alles voll umfair und so Was ist das Ey Was man ey So 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 Jetzt kommt die nächste Runde Den ich hier mal schaffen kann Weil es viele sind Wow 49 Leck mich am Arsch ey Das ist ein neuer Rekord Das sollte belohnt werden Kriege ich Geld Danke Violette Rubin Das ist genau das Was ich gerade brauche Der macht mich glücklich Okay Vielen Dank Das ist sehr nett von dir Spiel Ich mach weiter Jetzt Jetzt glaube Nur wegen Diese einblauen Bekloppten da Und obwohl ich eigentlich Drei Sekunden weniger Zeit hatte Also Wenn das mal nicht cool war Da weiß ich auch nicht Dann weiß ich auch nicht Dann weiß ich auch nicht So Bogen raus Wir machen weiter Es gibt keinen Grund Nicht weiter zu machen So alles klar Eins Und zwei Und drei Okay So In dem Moment Wo auch mit Scheiße zu reden Geht's meistens besser Aber Das ist ja nicht der Sinn der Sache Ich muss ja Scheiße dabei reden Nö Okay Ihr habt nix gesehen Ihr habt nix gesehen Ihr habt nix gesehen Ähm Also Wie gesagt Das ist ja mal Manchmal so Über den Scheiß Reden So Kommt das mal Schau mal da mal aus Da passiert manchmal so ein Scheiß Okay Wow Jetzt ist ja mal so nervös Darum zu ballern Ey Da kannst du gar nichts betreffen So Jetzt bleiben wir entspannt hier Bleiben wir ganz entspannt hier Ich hab nicht getroffen Das ist ja Blaskopsprinzip hier Ey Wo man einfach sein Bestes geben muss Da muss man einfach sein Bestes geben Sonst hat man verloren Irgendwie Na gut Wow Ey Wie wollte mein Pfeil gerade wieder nicht loslassen Das war einfach gruselig Hat sich das Pattern schon wieder verändert Ne hat es nicht Das kommt Das bild ich mir nur ein So jetzt kommen die hier Assis hier Genau Alles klar Hätten wir das auch schon mal Jetzt kommen die anderen Assis Die hier da drin sind Was Wieso ist das denn schon wieder anders Wieso stellt das überhaupt eine Frage Wo Wieso So Jetzt sind wir wieder auf der Brennbahn Sind wir voll bereit und so Können das nur Wir können das nur gewinnen Wir können das nur gewinnen hier Also das ist ja wohl klar Das Pattern erinnert sich zu Glück nicht Nein nein Das ist alles wie immer Das ist live Das kann passieren Ihr wisst das ja Ihr kennt das ja alle Man muss nur aufpassen Dass die Blauen keine Arschlöcher sind Na ja gut Gut Das haben wir hier Da haben wir euch beide Gut Das haben wir auch Das haben wir auch Das haben wir auch Haben wir auch Haben wir auch Ich hasse mein Leben Hasse ich nicht Aber Musste mal so zum Ausdruck gebracht werden Mal für einen kurzen Moment Nur für einen kurzen Moment Ja auch zu verschwinden So Nur dass mir das klar ist Puh So Ihr seid auch weg Auch weg Auch weg Oh Gott Dieses Minispielen Ist das dein Ernst Matthias Ist das dein Ernst Oh Mein Gott Okay Alles klar Ist alles gut Ist alles gut Ist alles gut Ist alles gut Das hier Macht eh alles nichts aus Das ist eh alles vorgespult Der ganze Scheiß hier Also was soll's Das ist eh alles vorgespult Ich kann so wie ich scheißlauen Ich kann die ganze Rüdiger beleidigen Wenn ich hier Rüdiger du Arschloch Rüdiger du Arschloch Kann ich mal Ha 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 Das ist super Das ist beste Unterhaltung Ich weiß Das ist eine beste Unterhaltung Von mir gerade hier So Dankeschön dafür So Hättet ihr euch drei Ja Dankeschön dafür Nein Mach keinen Mist Wieder Also das darfst du echt Nicht nochmal verkacken Da krieg ich ein zum Vieh bei Ja Das ist ganz schön frustrierend Ich hab das nicht so schwer In Erinnerung gehabt Ich hab das nicht so Verdammt schwer In Erinnerung gehabt Oh mein Gott ey Das macht mich ganz schön fertig Hier der ganze Kram ey Das ist Das ist auch irgendwie ziemlich Manchmal will ich einfach nicht schießen Jetzt geht wieder alles Im Bach runter Mal so wenig Momenten fehlt mir etwas Oh Mann Oh Mann ey Oh Mann ey Oh Mann ey Okay Wieso hab ich das denn Zu Anfang so geschafft Und dann nicht mehr Das ist denn mein Problem Wieso riegt nicht Mein eigener Mauszeiger Bild so auf Den ihr eh nicht sehen könnt Aber was soll's So weg damit So Zack und zack Das ist es mit dem Die Verzögerung ist einfach so hart ey Das ist einfach etwas Das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt Wenn du mir jetzt einfach Cryo 4 oder Underhead geben würdest Kein Ding Weißt du Da mach ich so ne Scheiße mit Lachs Weißt du Aber Ja ey Das ist super ziel Mit Verzögerung einfach Mann So So Zack 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 Oh Mann Willkommen Stefan Raab Willkommen bei Stefan Raab Also niemand ist dadurch geholfen Wenn du hier so ne böse Zugbewegung machst So hab alle erwischt So Zack Zack So wie dazu Okay 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 Ich glaub jetzt sind die da hinten dran Ja Jetzt kommen die drei die aufeinander sind Ja 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 Oh mein Gott Mein Leben hat ein Sinn wieder Mein Leben hat wieder ein Sinn Oh mein Gott In dem Moment wo ich die blöden fünf Dinger da hatte Da war mir alles scheißegal ey Oh mein Gott das war perfekt du Arsch Verpiss dich Komm nie wieder Herz Teil Eines der schwierigeren in diesem Spiel wenn ich das so anmerken darf Hier neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste Dankeschön dafür So ich bin hier weg okay Okay Ihr habt dann erstmal genug Bis zum nächsten Part von Bunch Brust Mask Für nächstes Mal gehen wir bei der anderen Fallzentrale ballern Oh ja 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 ja